Hallo und jetzt kommt hier mit meinem neuen German Reviews. Heute mal wieder mit einem neuen Video, heute mal wieder mit Hitman. Und heute, oder jetzt, mach ich mal die letzte Gelegenheit. Und diese war Warte auf den Boss, oder... Warte auf den Boss, ja, genau. Die mach ich jetzt mal und ich würde mal schätzen, ich muss den Nicht-Japaner töten. Ich weiß nicht mehr wie der hieß. Oder Asiaten. Er muss jetzt töten. Mit der Gelegenheit, beziehungsweise mit der Gelegenheit kann ich ihn töten, so. So, einmal hier lang, da kann ich nicht lang, hier muss ich lang. Es ist keine Chance, dass er mit unserem Gast treffen kann. Nein, ich habe keine Ahnung, du musst jemanden senden. Okay. Beschöpfen sie sich in einem Läubwichtern-Forum um das Köln... Wow. Okay, ja, wow. Das wird jetzt nicht so schwer sein. Das bringt mir jetzt echt schlecht, Mann. Okay. Alter, er hat ja den genommen. Okay, er bleibt nicht bei ihm, gut. Dann tut es mir leid. Du bist leider weg vom Fenster. Du hast dich jetzt ausgekratzt hier. So, und hier rein ablegen, oder? Ja. So. Auf jeden Fall hat er jetzt nicht mal diese... Diese Schmerzen im Brustkorb. Was für lechelhaft zu katzen. Wow. Oh, das, was er da gerade hatte, dass das, wenn man das hat, dann ist man schon sehr nah am Verderben, würde ich jetzt mal so sagen. Weil ich weiß nicht, was es gerade war. Ich denke, jeder von den Leuten, die gerade ist, hier zu gucken, haben schon mal gebrochen. Ich denke mal, 90% von euch hatten noch nicht so was Hartes. Ich bin so stark gebrochen. Du hast mich nicht erkannt, gut. Nein, nein, du kennst mich jemals noch nicht. So, ich muss jetzt einfach nur Mandola, muss ich jetzt einfach nur mitführen. Und wie, das ist eine 5-Minuten-Folge oder so. Geil. Vorne ist er, wow. Ähm, sie müsste mal eben mitkommen. Ich bringe ihn wieder an den normalen Ort. Bevor ich kotzen muss. Ha. Wow. Das haben die Wetten extra reingebracht. Ganz sicher. Ganz sicher, ich habe mir das sehr extra reingetan. Ja. Jetzt ist er wieder. Ich bin eine very important Person und so. Ah, da ist die eine da. Das ist ein Hotel. Du bist in der Früh. Du sollst leben. Guten Tag. Ich möchte mich da auch mal umgucken. Da gehe ich gleich mal mit hin. Wups Moment So, egal Das war die Gelegenheit Wer jetzt noch weitergucken möchte Kann gerne weitergucken Das war für die Gelegenheit Ich werde jetzt hier nichts mehr machen Das für die Gelegenheit passt Ich werde mich jetzt hier nochmal umgucken Mal gucken, was hier so geht Was ich noch so machen kann Weil das hier jetzt echt kurz Das war jetzt noch nicht mal 5 Minuten Ja Richtig, der Teil Nein Schade Mal gucken, was man hier noch so machen kann Ja, dann töte ich jetzt nicht Nein Ich bin sorry, ich werde dir deinen Job machen Dankeschön Zielstein war ich nicht So, ist hier irgendein Ich will mal Habe ich überhaupt irgendein Easter Egg schon mal hier gefunden? Ich glaube nicht Ich weiß auf jeden Fall wo eins sein sollte Es gab mal eine Anfangsstadt Nee, nicht in Paris Oder in Paris? Ein Sapienza Stimmt Da gab es mal ein Wohnort Wo man Wo man hier der Koch werden muss Ähm Da gab es einmal Wo jemand Hitman auf dem PC gespielt hat So hast du dich auch gerade zu finden Irgendwie sowas, eine Art So ein kleines Easter Egg Mal gucken mal, ob ich was finde Kann ich da irgendwo hin? Nein Okay Schraubenschlüssel Ich könnte jetzt den anderen um meinen töten Aber das werde ich jetzt nicht tun Aber das habe ich schon zu oft gesehen Und ich werde jetzt auch genau, wie ich den töten soll Und das Wird jetzt auch wieder 2 Minuten dauern Deswegen ist halt nichts mehr Besonderes bei Sonst ist hier echt nichts, ne? Irgendwas, was man hier noch Stimmt Ähm Ich kann auch mal zeigen, wo man zum Versteck kommt Das kann ich auch noch mal zeigen Das wird bestimmt für manche von euch Wichtig sein Und für mich auch Weil ich nicht weiß, was Versteck ist Ich muss da hinten hin Warum wird das irgendwo auf dem Dach sein? Und so weiter So, da oben auf dem Dach Ist, ist Hm Wie kommen wir hier denn da hin? Kann ich irgendwo Oh Oh Stopp, ich kann hier noch rein Hier rein oder nicht? Weg, weg, weg Komm mir hinterher Mach die Tür auf Bitte Dankeschön So Gut, jetzt bin ich hier oben Ja, ich weiß, ich kann hier unten Möchte ich aber gar nicht Ich möchte einmal nur zu meinem Versteck kommen Hm Wie kommen wir da überhaupt Da unten soll eine Tür sein Da unten ist aber keine Tür Da unten ist echt keine Tür Warte, Seiten Eingang soll da vielleicht sein Da ist echt gar nichts Guten Tag, guten Tag Okay Ich will da jetzt irgendwie rein Ah Das könnte es sein Eng Muss hier ein bisschen Ein bisschen Street spielen Und hier ist wahrscheinlich hoch her Ups So Hoch hier Ja Okay Dann habe ich das auch nochmal gezeigt Wie ich hierhin komme Boah, jetzt möchte ich wohl Einfach mal Den Heckenschütze machen Das ist voll fies, wenn ich jetzt einfach so eine Menge baller, ne? Das ist voll scheiße eigentlich Ich möchte wohl den Weißt du was? Ja, okay Ich will auch kein Ziel töten Kein Nicht-Ziel töten Ich könnte Da hinten mal töten Das kann man sich von hier oben saugut angucken Alles Das ist noch eine relativ gute Reichweite Ich kann ja, ich kann ja mal Okay Ich habe mal vorhin geschossen Ich könnte Ich könnte hier mal eben Ich kriege die von hier nicht gekillt, oder? Doch Kriege ich wohl Okay Das sind jetzt welche, die mich auch suchen Deswegen darf ich die jetzt killen Also da habe ich jetzt die Tönungserlaubnis Ah, es geht voll gut mit der Sniper Also man kann von hier oben echt Radau machen Und ist noch einer Was, wenn ich von hier aus auf den Körper schieße? Okay, bringt nichts Ja, ich weiß das gerade random killen Das ist gerade nicht cool Aber das ist nur ein Spiel Leute, bitte Wer sie jetzt darüber aufricht, der Riecht sich auch über Keine Ahnung Wenn Pixel zerstört werden Wie ich sie gerade mache Riecht sich auch auf So, okay Viel rumzuschießen ist hier nicht mehr Ich würde mal sagen Ich Kann ich auch so schießen? Voll geil Ich kann noch einen No-Scope machen Warte, ich mache mal einen No-Scope in die Menge Treffe ich gar nichts, oder? Kriegst du auch? Oh, nein Ja, mit dir Und nochmal den Arsch Hast du noch irgendwelche? Ich will mal gucken Nur für Science Ob das durch zwei Körper durchgeht Äh, ich könnte hier mal eben Nein Hier durch einen Zwei Schüsse habe ich noch Mir war doch jemand Nein Okay, da vorne ist einer Da vorne ist der Leibwächter Voll geil Wo ist denn der Leibwächter jetzt? Leu Erklimmt ihr das jetzt? Wo ist er da? Das war ein schöner Schuss Kann ich da runter Durch auch schießen? Kann ich auch Ich töte mich jetzt Und mich lächtern Fallen lassen Was in der, Lüte Alles klar, easy Und einmal noch Untfallen lassen Oder klettern So, okay Das war's auf jeden Fall Ich kann nochmal mit der ein bisschen Mandale machen Alter, die Das ist ja auch scheiße Die UMP Ja Menschen, die mir nichts tun Tu ich auch nichts Okay, die Leibwächter Die sind jetzt Muss ich jetzt leider töten Die wollen mich auch Alter Wie hat er mich denn nicht sehen können? Ich stand vor ihm So, ich versuch den jetzt mal Ich versuch den jetzt mal Ich versuch den jetzt mal rein zu rushen Also komplett nicht hitmanlike Zu sein Okay Ich hab's nicht geschafft Das ist schwer Ein Hitman Es ist echt schwer Ein Hitman Einfach so durchzulaufen Das ist echt Fast unmachbar Alles klar Ich hab jetzt auf jeden Fall Alle Gelegenheiten gemacht Wenn's euch gefallen Könnt ihr den Daumen hoch Immer so sagen Sofort Merkt euch Das war gerade nur Pixel Nicht aufregend über irgendwas Haut rein Bis zum nächsten Mal Und tschüss Bis zum nächsten Mal